hallo zusammen wir machen heute einen kleinen spaziergang und zu meiner schande muss ich bestehen ich habe nur eine kamera dabei und zwar diese kleine werden wir gleich mal austesten wie die sich so zum vloggen macht ob das funktioniert oder nicht ich meine jetzt gerade ist es windstill da dürfte ich gut zu verstehen sein aber wir werden einfach mal ausprobieren super werden ja wie ihr seht wir wollten gerade in die kirche reingehen einfach weil die eingangstüre eigentlich offenbar aber da ist noch eine glastür und die war leider zu von da an konnten wir nur so ein bisschen rein sneaken aber aber voll die süße kleinen kirche ist es hier ja gut dann gehen wir weiter wir lassen das nicht aufhalten so 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 das war jetzt gerade mal der erste test im wasser ich habe sie einfach mal ins wasser getunkt weil soll ja vier meter wasserdicht sein also sie geht noch sagen wir es mal so sie ist zumindest nass geworden so 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 ja was soll ich sagen praktische kleine kamera und ja total unkompliziert das schönste ist natürlich man hat nicht groß geraffel dabei von da an sehr nett was ich natürlich weiß ist der ton der ton in so einer kleinen kamera kann nicht geil sein aber ich denke mal so für zwischendurch dürfte es ausreichend sein wenn man mal auch sich überlegt wie groß die kamera ist die kamera ist nicht mal so groß wie mein finger und dafür liefert sie doch eigentlich ganz gut ab jo das soll es doch gewesen sein ich snatch mich ins bild das machst du doch immer so reingebumst und naja eigentlich haben wir nur gesagt wir machen einen kleinen spaziergang und ich habe gesagt ich habe aber nur eine kamera dabei ja es geht auch mit einer wir wollten ja auch nur spazieren gehen genau jetzt keinen großen film daraus machen nur ein klein ein blockbuster drauf boah wir legen einfach dramatische musik unter das ganze ja wahrscheinlich haben wir das getan wir sehen uns im nächsten video bye bye ciao boah 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 Untertitelung des ZDF, 2020